Ein Junge aus Halle machte mit seiner Klasse einen Ausflug nach Köthen. Der Junge hatte zufällig einen Samen mit. Einige Zeit später fand der Junge einen geeigneten Platz zum Pflanzen. Nach zwei Wochen schlägt der Samen Wurzeln und der Grundriss der Schule entsteht. Immer mehr Blätter wachsen an der Baumkrone und die ersten Schüler kommen in die Schule. Flügel fliegen auf den Baum und die Schule schließt Partnerschaften mit ausländischen Schulen. Der Baum wird immer größer und das neue Gebäude Haus 4 entsteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017